Danke. Danke dir. Hey. Hey. Ich habe schon ein paar Mal versucht, mit dir zu sprechen. Aber ich wusste einfach nicht, was ich sagen sollte. Offensichtlich weißt du es immer noch nicht. Ich würde mich nicht so sagen. Ich würde mich nicht so freuen. Weil ich. Äh. Musik Olli, ich liebe dich